Sir Alexander Zedman Alex Ferguson ist ein ehemaliger schottischer Fußballtrainer und Fußballspieler, der von 1986 bis 2013 für Manchester United tätig war. In knapp 27 Jahren und 1500 Pflichtspielen gewann Ferguson mit United 38 Titel, unter anderem 13 Mal die Englische Meisterschaft, 5 Mal den FA Cup, 2 Mal die Champions League und 1 Mal den Europapokal der Pokalsieger. Leben. Ferguson wuchs in Glasgow erwerft Arbeiter für Tilgo Warn auf und lernte den Beruf des Werkzeugmachers. Er spielte unter anderem für Don Fernlein Athletic und die Glasgow Rangers. Seine Trainerkarriere begann er in Schottland beim Fußballverein FC East Stirlingshire und wechselte bald zum FC St. Mürren, bevor er eine sehr erfolgreiche Trainerzeit im schottischen Aberdeen erlebte. Er gewann mit dem Verein die schottische Meisterschaft 1980 und weitere Meistertitel in den Jahren 1984 und 1985. Er wurde mit Aberdeen von 1982 bis 1984 drei Mal nacheinander schottischer Pokalsieger. Sein größter Erfolg in Aberdeen war 1983 der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger nach einem Finalsieg gegen Real Madrid. Anschließend war er parallel zum Amt als Vereinstrainer, eine kurze Zeit Co-Trainer und nach dem Tod seines Cheftrainers Jock Stein von 1985 bis 1986 Nationaltrainer der schottischen Fußball-Nationalmannschaft. Danach wurde er am 6. November 1986 Trainer bei Manchester United und in der Folge zum Erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. 1999 gewann er mit der Mannschaft das Triple, also die Landesmeisterschaft, den FA Cup und die Champions League, woraufhin ihn Queen Elisabeth II. Am 20. Juli 1999 zum Ritter schlug. Ferguson ist Miteigentümer eines international bekannten Rennpferds namens Rokov-Gibraltar. Dieses Rennpferd hat alleine 2002 über 17 Millionen Euro eingebracht. Der Hengst, der sieben Rennen der Kategorie 1 in Serie gewonnen hatte und zweiter beim berühmten Breda's Cup in den USA geworden war, hatte laut Ferguson jeweils zur Hälfte ihm und einem irischen Multimillionär gehört. 2008 folgte der zweite Gewinn der Champions League. Am 2. September 2012 absolvierte Ferguson seine 1.000. Premier League Partie als Trainer von Manchester United. Am 8. Mai 2013 kündigte er seinen Rücktritt als Trainer nach der Saison 2012 Dreizehntel an. Am 19. Mai 2013 saß Ferguson zum letzten Mal auf der Trainerbank von Manchester United bei einem 5 zu 5 auswärts gegen Westbromwich Alben. Es war zugleich sein 1500. Pflichtspiel als Trainer des Vereins. Im September 2015 erklärte Ferguson in einem Zeitungsinterview, dass ihn der Tod seiner Schwägerin zu dem Entschluss gebracht hatte, seine Laufbahn als Trainer zu beenden. Er sagte, dass er erkannt habe, dass er dies seiner Frau, mit der er seit 1966 verheiratet ist, schuldig gewesen sei und dass er anderenfalls weiterhin als Trainer tätig geblieben wäre. Ehrungen seit November 2011 ist die größte Tribüne des Stadions von Manchester United, Old Trafford, nach Ferguson benannt. Diese Ehrung zu seinem 25. Jahr bei Manchester United von Seiten des Vorstands, der Spieler und der Fans symbolisiert ihren Dank für diese erfolgreiche Zeit. Es ist die einzige Tribüne im Old Trafford, die nach einem Menschen benannt ist. Im November 2012 wurde zu seinen Ehren eine Bronzestatue vor dem Stadion enthüllt. Erfolge als Trainer International UEFA Champions League Sieger 1999-2008 Europapokal der Pokalsieger 1983-1991 Europäischer Supercup-Sieger 1983-1991 Weltpokalsieger 1999-1999 FIFA-Club-Weltmeister 2008 Schottland schottischer Meister 1980-1984-1985 Schottischer Pokalsieger 1982-1983-1984-1986 Schottischer Liga-Pokalsieger 1986 England-Englischer Meister 1993-1994-1994-1996-1997-1999-1999-2000-2001-2003-2007-2008-2009-2011-2013 Englischer者 Englischer Pokalsieger 1990-1994-1996-1999-2004-2004-englischer Liga-Pokalsieger 1992-2006-2009-2010 Community Schildsieger 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011. Sonstiges Ferguson wird häufig von Medien und Fans Fergie genannt. B. In der Bezeichnung Fergie als Fletschlings einer Hommage an die Busby Beeps. Als Fergie-Timo werden auffällig längere Nachspielzeiten bezeichnet, wenn Spitzenmannschaften zurückliegen. Ferguson war bekannt dafür, Schiedsrichter unter Druck zu setzen, was ihn allerdings auch erhebliche Geldstrafen und Sperren kostete. Auszeichnungen als Trainer World Soccer Trainer des Jahres 1993, 1999, 2007, 2008 Englischer Trainer des Jahres 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 Fußball-Welt-Club Trainer des Jahres 1999, 2008 UEFA Club Football Awards Trainer des Jahres 1999, 1999, 2009, 2011, 2013 Nominiert als FIFA Fußball Trainer des Jahres 2013 2012, 2013 Vielen Dank.